Hallo, ich bin Christian. Ich bin Schauspieler beim Theater Eukitea. Das Thema Frieden liegt mir und dem gesamten Eukitea-Team sehr am Herzen. Für den Frieden brauchst du Schwung und gute Energie und du brauchst Leichtigkeit. Leichtigkeit ist eine super starke Friedenskraft und die heutige Karte aus Gowinders magischem Friedensalphabet. Mit Leichtigkeit kannst du spielen. Stell dir zum Beispiel mal vor, du wärst eine ganz kleine, leichte Feder. Lass dich tragen vom Wind. Schweben, fast wie fliegen. Mal sanft, mal wild, mal fröhlich schaukelnd, mal wirbelnd wie die Blätter im Herbst. Vielleicht auch wie im Tanz. Glücklich lachend sich drehen. Und dann ganz sachte landen. Ja, so wie Theolinchen, der kleine Elefant, der von einem großen Fallschirm getragen wird. Ja, genieße die Kraft der Leichtigkeit. Hab viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.